Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks, wie wir spielen Tag 6 auf Ruinberg. Hallo Zucker, hallo Beene. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, wir fahren die Wunderlinie lang, oder? Wunderlinie. Wofür steht das Zoo vor dem 100, André? Das kannst du mir sicherlich sagen. Nö. Ich auch nicht. Ich kann ja kein Russisch. Ich auch nicht. Selbsturinierende Fahrer ist zwar nur russische Texte. Das ist reiner Zufall. Das hat nichts mit dem angeblichen... Selbsturinierende. Keine Ahnung. Da drunter kann ich mir jetzt nichts vorstellen. Selbsturinierende. Ich bin auch selbsturinierend. Fremdurinierend fände ich eher ein bisschen merkwürdig, oder? Selbsturinierende... Es gibt so Situationen, wo man sich Feindkontakt wünscht. Das dann... Aber das wäre dann lustig. Das klingt dann fast wie eine Jeopardy-Kategorie. Selbsturinierend 100, bitte. Ihr seid jetzt nicht die schnellsten, Hanks. Kann das sein? Geht so. Ich konnte nicht geradeaus fahren wegen dem Selbsturinierenden. Sorry. Ich bin mir sehr wohl wegen dem Bier ansteuern. Fuck. Hellcat. Wer ist auch so weit vor? Kommt mal. Wir wollen wir folgen. In den Tod, oder was? Ja. Das war wohl die Hellcat bei der. KV-1S, wollt ihr mich verarschen? Ah, ne, 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 ne. Geh weg. Okay, bin weg, bin weg. Das war zu spät. Aber ich habe mit 6er gegen 6er getauscht. Für den Points hat er nicht so einen Crumble. Ich hatte eben nicht geguckt. Oh, komm schon, ne? So an die 6er. Ey, die sind dreckig. Der soll noch mal vorfahren. Ich erinnere dich nicht, dass du selber einer bist, Zucker, ne? Ich weiß. Schwenken wir mal auf den Bier. Naja, ich warte nur. Ich laue auf den KV-1S. Kann man halt sein 6 überhaupt lauern? Ich meine, der ist so riesig. Klar. Okay. Da ist er. Da ist er, ja. Schön seitlich. Genau. Das ist nicht so viel Damage, ne? Etatschieß. Ne. Ja, das ist auch noch bei meiner Stocke. Ich weiß. Mit dem KV-1S-D beschießen. Ducker. Rechts ein 25AT schießt auf dich. Zucker, den musst du Bene wegschaffen irgendwie. Wo schießt der denn lang? Da, zwischen den Häusen noch durch. Dreh vielleicht deinen Tank ein bisschen in seine Richtung. Der Front, äh, ist der Teilchen 1, gerade so. Zucker, du musst den 25AT gehen, würde ich machen. Hm, ich bin gleich tot. Och, warum bin ich denn jetzt zweimal nicht durch eine Churl? Er hat schon durchgekommen. Unser Team stellt sich nicht so intelligent an in der Stadt, aber... Ne, also der KV-1S verkackts voll. Ja. Zucker hat schon zwei Kills. Das sind typisch KV-1S, weißt du? Abstauber. Hat zweimal getroffen, glaube ich. Äh, richtig. Das ist beim Zubeobachten, glaube ich, nicht so gut. Ne, vor allen Dingen, weil du so einen komischen Sepia-Filter da drüber hast. Drei KV-1S, wie der Abstauber, weißt du? Hör ich da einen Mimimi? Nein. Ich kann auch sterben und dann verlieren wir den Hund. Du kannst auch leben und verlieren den Hund. Da ist noch die Hellcat, ne? Ah ja. Hey, gut, dass du es sagst. Ja. Okay, wir gucken mal, ob wir noch viel gewinnen. Ähm, ich setze auf einen Dragon T29, damit du zum Ende überlebt. Mh, T29, auf den freue ich mich auch. Ja, der hat auch ein Schlachtschiff von einem Turm, oder? Ja. Schon recht gewaltig für das Team. Aber da kommt auch nichts durch. Durch den Turm, wenn der gut steht. Durch den Turm vom T29 kommt sie nicht. Ein paar von unserem Team sind extrem defensiv, kann das sein? Extrem defensiv, oder? Nee. Einfach nur AFK. Oder so. Nee, der A20, was zur Hölle tut der? Der ist auch gefahren schon. Der T49, meine ich. Der hat gar nicht beobachtet, wie der 29 auseinandergenommen wurde. Und der A20 Scout ist auch schon gefahren. Und jetzt steht er da hinterm Haus. Der kammelt da rum, immer. Ich glaube, den T49 melde ich als Bord. Der hat gerade zwei mal auf den Ecken. Der hört gar nicht auf. Ja, den melde ich als Bord. Wer, der? Der Convicts. Ja, der schießt die ganze Zeit auf die Hand. Genau, der schießt auf irgendwas. So, was haben wir noch? Ihr sagt, der andere ist auch AFK. Mhm. Der A20, ja. Weißt du, dass er AFK ist? Der AFK ist ja nicht, der ist schon mal gefahren. Aber da, wo er jetzt steht, macht das nicht viel Sinn. Nö. Na gut, das sieht so aus, dass er echt AFK ist. Schau, jetzt fährt er die Hercad vorbei. Wenn der Hercad vorbeifährt und er sich mit dem Weg kann, ist er wirklich AFK? Ja, er ist AFK. Ja, der T49 ist aber ein Bot. Definitiv. Äh, meine Gott. So, den haben wir. Die Frage ist, ob unser KV-1 bei einem Prozent noch den Sieg rausreißt. Nee. Der Einzige, der noch irgendwie was reißen könnte, wäre die IS noch. Das sieht man nach ZF auch nicht so wenig. Das ist jetzt der gute EYT29. Ja, die hat getroffen, ne, vorher. Ah, direkt in den Rücken. Was ein Schlacht. Ah, Britta ist gut. Britta war auch nicht fitter. Na, Britta, wo wollen wir hin? Zu unserem... Okay. Oh, das ist interessant. Die Hellcad wurde nicht sichtbar? Als sie auf den T49 geschossen hat? Nee. Sieben killt, sehr gut. Zwei davon war Bot sogar. Ja. Wieso dreht er sich nicht um? Warum soll er sich umdrehen? Weil der E-Head-Cat wahrscheinlich runterraßt. Hm. Glaube ich nicht. Ich glaube, die kämpft. Ich glaube, die steht jetzt in unserem Cap. In unserem Cap vielleicht sogar. Ja. Ja, Britta gleich wieder. Oder? Ja, Britta wartet ab. Ja, du Vogel. Er erst pinkt da auf der Map hinten an der Kirche, sodass Britta sich umdreht. Und jetzt sagt er Back to Base. Ach so. Oh, was gibt's da? Britta? Soldatencafé? Das Soldatencafé. Ja, Britta will zum Soldatencafé. Manche Leute fahren irgendwie komisch, Panzer. Hm. Ich bleibe nur noch hin. Wieso? Wieso? Okay. Er fährt sehr merkwürdig. Sieht jetzt auch schon fast wie der Bot-mäßig aus, oder? Aber nur fast. Komm jetzt, mein Vater von mir. Ja, jetzt. Hast du gemacht? Ist er sichtbar für die anderen beiden? Oh, mein Gott. Das war knapp. Ja. Hat er nicht geschossen auf die Hellcat gerade? Nein. Das war die Ari, die auf ihn geschossen hat. Nee, aber der hat auch gerade die Hellcat hat ihn getrackt und hält ihn getrackt. Sehr schlau. Wenn die Arti da hinschießen kann. Ja. Dann ist er... Oder irgendjemand anders da hinschießen kann. Nee, das war die Arti. Nee, das war die Arti, die Arti. Okay. Hat aber nicht Fischer angemacht. Dafür, dass das nach einem direkten Fischer aussieht. Wieso kann die Hellcat nicht liegen? Ja, jetzt geht es zu Ende. Ja, der T1 Heavy. Der auch ein Schitter. Der hat noch volles Health. Kann ja auch nicht sein. Und hat daneben geschossen. Und ein T1 Heavy, der sich nicht mit der Front zum Gegner stellt. Das ist das Stimmste, was es gibt. Ja, wenn du eine große Zielscheibe seitlich ne? Ja, nicht nur das. Der T1 Heavy hat eine sehr geile Panzerung. Das ist vorne. Und hinten ist nichts mehr an einem T1 Heavy. Das ist jetzt ansatzweise Glück hat, ne? Das ist die Niederlage der T1 Heavy. Ich meine, das wäre zu viel Glück gewesen. Gut, schauen wir mal, wie gut wir abgeschnitten haben. Naja. Ich fürchte, da ist nicht so viel bei rumgekommen. Erschreckenderweise sind wir recht hoch in unserem... Das ist doch echt ein Schiss. Ja, das war auch ein schissendes Team. Ja. Ey. Klar, alle in der oberen Hälfte auf alle Fülle. Drei erstmal 0 Damage gemacht. Naja, okay, das sind jetzt nicht die Größten, aber auch die anderen haben jetzt nicht so viel gerissen. Spezielle Ergdpante. Elkert-Jagdpante. Jo, die ordentlich so die tollste Runde. Ich glaube, das können wir normalerweise besser noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.